wenn wir untersuchen das spiel es würde ich so gerne mal ein film drehen wie das update so aussieht und das auf dem youtube hochladen könnten das ist kein blah 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 ja Ja. So, Leute. Willkommen. Tag Ohren. Leute. Tag Ohren. Ich möchte euch mal was von Update was zeigen. Wie das Update. Ihr spielt ja das Spiel ja noch nicht. Wie ich. Ich spiele das schon zu jahrelang. Ups. Scheiße, das muss runter. Ich muss das ja nicht in meiner Hand haben. Ich kann da hier sehen, wenn die dann hinterhuschen. Geht sie gleich hinter da. Und jetzt muss noch Quanny hinter. Quanny. Yes. Du kannst noch frei. Hm. Ich weiß auch nicht, was sind diese für die Knochen. Und das hier. Wow. Eieiei. Das ist. Ich finde, das ist so widerlich aus. Halt. Oi, oi, oi. Ähm. Da war keiner noch nicht drin. Da war nicht dieser Quampa noch. Glaub ich doch. Meistens. Da ist die Sedulina drauf. Da. Da bleibt diese dicke Freunde. Dicke Freundinnen. Kein Wunder, dass man keine Freunde hat. Aber da hat man noch einen Mann und eine Freundin. Freien. Und was ist eigentlich das hier eigentlich? Das sind so. Hör mal auf zu knurren. Spaß. Ach, Monster kann man nur knurren. Ich will jetzt sehen, wo die anderen sind. Naja. Das kommt jetzt ungewartet. Ich will jetzt mal in diesem Spiel was ausprobieren. Ich will in diesem Spiel was ausprobieren was. Ich weiß aber nicht, was ich ausprobieren wollte. Ja, ich glaube, da will man nicht reinfallen. Also, jetzt ist Schluss. Ich weiß nicht, warum da immer die Glocken sind. Granny Light. Waaah. Die ist schlau. Und da brauchen wir davon, um das zuzumachen, brauchen wir Warnwarsch. Warte noch mal. Nicht Warnwarsch. Wären nicht. Ne, brauchen wir da diese Zange. Und ich weiß auch nicht, wie die heißt. Oh Gott, oh Gott. Ich will aber daran, dass ich ein Spiel was ausprobieren. Hallo. Aber, aber das ist doch nicht wirklich. Ich will mal irgendwas. Ich überlege mir jetzt gerade was. Jetzt kommt der Scheißer wieder. Ähm, wo ist Quamper? Ich weiß es nicht. Da kann man das unterschmeißen. Ich weiß es nicht. Von oben, von unten schmeißen. Irgendwie sind die, irgendwie sind die Sachen in der gleichen Stelle. Ich glaube, der Quamper ist jetzt in den Raum von St. Juni gegangen. Scheiß, Scheißdreck. Ach du, hallo. Scheiße. Geke, versteck dich da. Nein. Was war das jetzt? Scheiße. Oh mein Gott. Ich habe auch fast den zweimal, äh, zweimal vollgespammt. Habe ich auch fast den. Quenny, mach hin, ne? Mach hin, ne? Oh, Spaß. Ich gehe morgen ein bisschen mit diesem München zweit. Oh nein. Die Kamera angeschaltet. Die Kamera angeschaltet. Wo ist die Quenny? Ich will nicht, ich trau mich nicht rauszulaufen wie nächstes Mal. Oh mein Gott. Alter, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die rauskommt. Scheiße. Nein. Scheiße. Nein. Nein. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Oh mein Gott, das ist noch knallig gerade noch klapp gewesen. Hallo, Grandpa, hallo. Versteck dich da. Versteck dich da. Oh mein Gott. Versteck dich da. Hinter dem Band. Hinter dem Holzwand. Wie, die kommen jetzt da von vorne, ey. Oder gehen die wieder? Ja, die gehen wieder, ne? Haben die Schnauze voll. Jetzt ist Schluss. Hier weiß ich, Schluss. Pass auf, pass auf. Die sind aber nicht so schnell heute, wie ich denke. Oh mein. Was? Scheiße. Oh mein. Nein. Diese scheiß Glocken. Nein. Scheiße, ich weiß nicht, wo die Glocken herkommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wo die Glocken herkommen, Alter. Ich glaube, die Sachen sind in der gleichen Stelle. Irgendwie. Das ist der gleiche Raum und das ist der gleiche Sache in der Raum. Aber, das war auch nicht so. Aber schade, dass sie mich die Tür offen gelassen hat. Jetzt habe ich die Tür offen gelassen. Loll. Ach, das ist jetzt immer hier, oder was? Okay. Ich möchte mal erinnern, dass dieser Tisch... Ach, dieses Glocken. Wo kommt denn das denn her? Schreib... Ey, warte. Schreibt es jetzt in die Buchgitarre. Wo kommt das Glocken her, wenn ihr irgendwo eine Ahnung habt? Oder sind das unsichtbare Locken? Schreib es jetzt in die Buchgitarre. Ich weiß nicht. Krampfer kommt gleich. Ich sehe, Juhu. Schreibt wieder. Was ist denn hier? Ich habe es aber jetzt ganz, ganz von nah gehört. Ganz nah. Kannst du mal bitte den Schlüssel geben? Hallo? Scheiße, hallo? Entschuldigung, nicht scheiße. Nee, es gibt diese blöde Kisse-Kuliki. Hm. Ach, ich kann es ja nicht aufsperren. Ich habe keinen Schlüssel. Oh, scheiße. Loll, das Bild steht, steht schräg. Okay. Und die beiden, die beiden sind immer noch runtergefallen. Scheiße. Kann man nicht kaputt machen, oder was? Runterfallen lassen, oder was? Loll. Was kostest du denn auf einmal her? Bist du eigentlich... Bist du... Scheiße, wo ist denn das... Scheiße. Du hast gar nicht Asilio gemacht. Das ist jetzt auch neu. Loll. Ich brauche dieses... Ich brauche schnell dieses... Kannst bitte mal gehen, bitte. Bitte, kannst bitte mal gehen. Ich brauche dich nicht. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.